hallo liebe freunde meines kanals da ist eure kara wieder der längste tag jetzt ist geschafft bis eben seminar viel gelernt sehr viele aha momente gehabt viele ideen bekommen schauen wir mal wie es weitergeht jetzt ist gleich schwimmbad muckibude angesagt abendessen und dann noch eine bauernklause bierchen trinken leider haben die hier kein altbier naja man kann nicht immer alles haben eben hat sie geregnet ihr schaut doch euch mal hier das sauerland an wie schön das hier gerade ausschaut richtig schön ich hoffe ihr habt einen guten start ins wochenende morgen mittag fahre ich wieder zurück wieder schön ins heinsberger land dann bin ich wieder ein flachland tiroler und dann schauen wir mal was es da das wetter gibt da soll jetzt nachher auch noch mal was von brüssel kommen an gewitter schön die natur zu beobachten wenn man mal so weit oben ist ich sehe es sonst immer nur in weiter ferne aber hier auch mal so über die hüben die luft ist schon klarer schon heller als bei uns aber wisst ihr was ich sehe kein einziges windrad keine windräder äußert schön ich hasse die dinger wie die pest ihr lieben schönen abend euch lasst es euch gut gehen und bis demnächst mit verschiedensten themen wieder eure cara